Serie gucken, wer guckt denn noch eine Serie an? Herr Konki! Was denn, die Ludolfs oder was? Ja, da lebt doch bloß noch einer, glaube ich. Echt? Ja, ja. Die anderen sind ja alle dort, die Brüder. Ja, aber kein Wunder, die haben ja auch, die haben ja auch hier lebt wie, weiß ich nicht. Oh, die absolute Drecksbude, meine Güte, nicht nur Müllberge in der Halle, sondern auch zu Hause. Aber das war sortiert, also das ganze Zeug hatte schon seine Lager da, die wussten genau, wo sie was finden, also das muss man lassen. Oder auch mit dem Kochen, Potato und ich haben den Tag bei YouTube, haben wir so alte Videos von mir geguckt. Best of Ludolfs. Und da hat er gekocht, da hat der Potato aber, guck mal, ey, das sieht da aus. Aber der Ofen war voll sauber. Aber der Ofen und die Spüle, das war alles picobeino sauber, doch? Hm? Hm? Hm. Und der Punkt ist hier vorne. Ich denke hier vorne. Wie ging ihr das einmal her, alter? die soll aufstehen ja noch rundherum wo ist denn dieser drecks punkt alter habe ich mich jetzt erschrocken überall stehen die dinger hier rum zombie update oder was entschuldige bitte nicht so aus alligator falle gehe ich mal jetzt häng ich hier auch noch drin ja richtung 225 240 da ist der sind nur ein zwei zombies auf dem weg ist der arm abgefackelt du vogel hast du den punkt ja ja klar doch das ist noch ein punkt habe ich ihn nicht geholt ich habe keine stücke ich habe auch keinen bock bei einem endboss sehen auch zu machen das macht überhaupt keinen sinn nicht so wirklich nur eine was ist eine ist tot gesamtvermögen 13 million die ludolfs ja ja die müssen richtig geld haben ach echt einer von denen ist nur ich dachte war das nicht umgedreht dass nur einer noch übrig ist ich wusste gar nicht dass das millionäre sind das muss ich gar nicht jetzt telefoniert hat das tod ja da saß ja immer nur darum telefoniert hat er saß ja ständig nur in seinem komischen sessel da mit einer kippe nach anderen und null bewegung die haben sich an null bewegt das auf der ende der immer die teile gesucht hat der musste ständig los aber das war auch der ältere der 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 im sessel immer saß der telefoniert hat aber das war auch der ältere von denen gab es doch noch den jans den jüngeren da aber aber mit schucke waren sie alle ja voll mit schucke waren sie alle auch jemand noch emulatoren oder was weiß gar nicht brauche ich der rauch geht nach 270 einfach nur töten einfach nur töten ja 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 da ist ein gegner der sitz hinterm baum alter ich habe mich jetzt voll erschrocken mit feilen mit mit samm dings hier mit ich habe ihn aber auch nicht war er hat da hinterm baum gegammelt er hat mich voll erschossen da ist er da ist er links 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 ich sehe ihn ich sehe ihn ganz ruhig da sind weglaufen da läuft er Oh, der ist tot. Kannst du uns vielleicht holen. Ja, aber ich hab den nicht erschossen, ne? Nee, ist egal, komm, komm. Der war auf der anderen Seite. Nee, der Schluss kam von weiter weg. Oh, danke sehr. Da saß der, hat der voll dahinter gehockt, Alter. Das gibt's doch nicht, ne? Ich hab mich echt voll erschrocken. Was glaub ich dir? Ja, bestimmt ein Einzelspiel. Der lässt ja mal wieder aufgestanden, wa? Keine Ahnung. Oh, Mann, ey. Wie geil, ne? Oh, da blinkt rot. Blinkt rot. Ich rutsche hier mal ein bisschen weiter. Ah, da hinten ging ein Pferd los. Ja, so ganz weit weg, ne? Das war ziemlich weit weg, das Pferd. Naja, der, der Range, ne, von dem Krokodil, du kriegst ja schon bei Zeiten angezeigt, hier. Aber der kann ja überall sitzen. Also von da kam grad der Schuss, der den einen erschossen hat. Mhm. Der mit dem Scheiß-Armbrust-Dingern da. Was ist das da hinten? Kompattus-Wasser. Es gibt jetzt viel mehr Versteckmöglichkeiten hier, ne? Viel mehr. So hohes Gras überall. Was hier gerade nicht vorher schon so war und gerade nicht aufgefallen ist. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Sieht auch komplett anders aus. Vorher war das viel fast sagen Karl auch nicht so viel Wuchs. Wir sind immer noch in der Range von dem Krokodil. Ja, ich höre ihn, der ist hier. Oh ja, Koko ist hier. Pass auf, hier vorne war gerade irgendwann im Wasser, Sanjo. Koko vielleicht? Ne, ne, das waren Schritte. Oh, man wäre ich. Bär ich oben? Ja. Ja. Ja, ich seh'n. Treffer. Hit. Trink, kommt mal. Läuft jetzt dahin, ist jetzt dahinter gelaufen. Ja, haben gesehen. Ach, Mann, ey. Was ist da oben? Was ist da denn das? Ne, das ist noch ein anderer. Ne, ich hab den feuer und sehen. Ich hab den genau feuer und sehen. Ja, aber die gammeln da rum, das war noch ein anderer. Die gammeln alle da rum. Ja, ja, das ist scheiße. Also wir sollen den Krokodil nicht machen. Die hängen da zu oft. Die gammeln da alle nur rum. Ja, ja, die drei Stück sind da oben. Sanjo ist ein ganzes Team. Mhm. Mhm. Hallo, schönen Abend. T-4-8-4-Bad. Keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Ach, geh, auch sterben, Sanyo. Da oben ist auch einer. Ja, Basko, okay. Da war's, alles gut. Hallo, herzlich willkommen. Na, die gammeln da jetzt fünf Stunden rum, ich schwör. Ja, das Problem ist, ist hier mit Sicherheit gar keinen richtig erwischt, ja. Ja, jetzt wurde es, sagst Tabasco, jetzt lese ich das auch. Ja. Die gammeln da immer noch unsere Leichen ab, ich schwör. Jetzt sei doch mal ruhig. Nee, nee, nee. Schießt er schon? Oh nein. Ich würde kurz sagen, schießt er schon auf dich? Wie geht das denn? Ich will nicht. Ja. Genau. Oh nein. Okay. hier bei mir Muckel kommt einer angelaufen hier auch geht Richtung 60 75 1 des spieler wahrscheinlich ich bin schon rechts und links ja der war das der war das den ich gerade gesehen habe 21 meter warum hast du denn gar nicht geschossen weil ich den nicht getroffen hätte mit Sicherheit ja aber den hätte ich nicht getroffen die haben da oben die ganze zeit rumgegammelt ich habe auch schon zu lange gewartet hier aber Muckel auch gleich gesehen hat die hat doch da gehockt ja aber ich glaube der hat mich gehört schon vorher ja ich bin da rüber gelaufen was soll ich können wir jetzt mal bitte eine normale map spielen zwischendurch ja und nicht und nicht diese diese camperscheiße da dass sie dir alle den der krokodil abcampen fünf stunden lang ja gut so oft war das jetzt auch nicht wo die da abgecampt haben ja doch zwei dreimal war das schon zwei runen jetzt hintereinander naja aber zwei dreimal hatten wir auch keine Camper ja das stimmt da sind wir gut rausgekommen ja